hallo meine freunde und herzlich willkommen zurück bei city war bio und heute mit bambina ja hallo und zwar wie in letzten folge angekündigt bei mir zumindest quest teilen damit wir wenigstens noch ein bisschen was machen können das erste mal auf dem server kommen dort wieder ähnlich kalt und es bestimmt auch gar kein event jetzt gleich da sagt man mir keine rückmeldung sollte bei mir auch jedes mal ne aber ich hoffe er nimmt die keine rückmeldung auch auf ich höre was zunami oh shit gewitter warum kann ich nicht laufen kann ich laufen hallo ach so ich sitze ich bin bei mir ne ich bleib mal eben hier drin glaube ich ja schlaf ok auf tsunami habe ich gerade kein bock danke alter voll laut hier wollen wir heute auf jeden fall den kiesweg fertig stellen ja hier komm mal raus ja ich guck gerade mal also liebe zuschauer das wird nicht nur so ein kleiner billiger turm bleiben das wird noch ein bisschen ausgebaut ich habe da so ein paar ideen musste auch mal im singleplayer austesten und nicht wundern du wirst jetzt schneller hier um dem turm rum wird man schneller so viele blümchen diese waren schon immer hier ja so denn wollen wir doch mal gucken ob wir irgendwo noch ein bisschen kies finden gleich ich werde mich in den nächsten darauf machen um um so ein zombie dorf bewohner zu finden die questzeit hat sich ebenfalls auch ein bisschen verlängert das ist sehr schön ich habe so viel müll im inventar das ist unglaublich ja auf jeden fall auch weitergehen und ich werde mal kurz gucken wie viele level ich gerade brauche um meine rüstung zu reparieren das ist nämlich auch noch sehr wichtig guck mal hier ist die apfelbaumplantage von der ich gesprochen habe und da fallen sogar äpfel runter das ist voll cool mein apple mein apple ich hänge ich hänge zwischen den äpfel fest und hier ist jetzt hier ist jetzt der runterweg mich wundern da an der seite habe ich einen weg gemacht um das da also dieses ganze konstrukt da oben noch ein bisschen auszubauen später wenn wir dann mehr eisen haben oder mehr eisen abgeben können dann könnte man eventuell für irgendwas auch gut gebrauchen sand ein also sand auf jeden fall also oder was meinst du jetzt ja um halt die stadtwege verschütteln aber sand ist ja hauptsächlich wichtig für die auch von stein also von stein ich habe sand verstanden wie teuer werden weil das wird bestimmt hammer teuer 17 17 level ok hier ist auf jeden fall kein kies da drin die bücher da da gibt es ja das hat man ja bei mir noch gar nicht gesehen da geht es ja hier wo geht es hier nochmal hin in die luddimension beschadet ne gut alter reparatur kosten 17 level das ist hammer krass aber warum hast du auch den weg zu mir zu gemacht weil ich und kohle angegriffen worden sind ach wo muss ja genau das sind 13 level die ich wieder bekomme mache ich mal und reparieren für acht level und elf level wieder um auch geil ich habe lebe gespart aber der baum steht ganz schön scheiße oben ganz schön doof ich baue hier jetzt einfach auch mal enchanten so level 4 ja doch das repairen jetzt habe ich noch drei level ach ja in den baum hoch hab ich das jetzt gemacht gehabt hatte cody glaube ich gemacht da auch kies setzen so kann ich noch irgendwas verzaubern obwohl falsch haben kriegen die ne was an breaking erst mal reparieren oder an breaking drauf oder hier eventuell hier eventuell hier eventuell federfall hier geil ich habe federfall schuhe so ich ähm guck mal hier unten wegen kies hattest du hier unten schon geguckt ja ich habe nichts gefunden du hast nichts gefunden okay doch hier 64 und 16 bei cody ich glaube das habe ich jetzt nicht reingeguckt ich bin mal so frech da aber auch vielleicht das noch mit erde ausfüllen alter du scheiß apfel verschwinde also das hier will ich auf jeden fall wieder zu gras haben oder ich habe jetzt erstmal nur bis dahin gebaut oder man könnte eigentlich ein holz weg bringen aber so hier könnte man ah ich kriege einen anruf aber tut mir leid denn da gehe ich jetzt nicht ran da gehe ich erst nach der aufnahme ran ähm beziehungsweise rufe ich da zurück äh war da hier wo soll es denn hier hingehen ähm da dachte ich ja dass es da zur stadt später reingeht ne weiter weg oder so ja gut so jetzt müssen wir sehen wie wir zu fives kommen hier ne ich dachte mir hier weiter zu unser lager und wer wohnt hier nochmal kosmik ne genau am feld vorbei wollte ich das noch so einen weg bauen hast du vor äh vor zu also abzubauen die erde und ich fülle mit kies jo hier schon mal kies ich habe jetzt hier die schaufel äh haben wir hast du zufällig noch ein bisschen erde erde? ja jetzt und ja gib mal reicht das finde ich mir ein bisschen scheiße wenn der kies so ja ja außen vor steht so das hier also wir brauchen auf jeden fall eins zum feld hin richtig ja äh achtung lava äh ich bin hier immer auf dem kies drauf was ich gerade gesetzt habe warum ist hier lava ich aber auch gerne wir haben einen verdammten lavasee hier wir wollen ganz in der nähe von richtigem wasser so äh erstmal jetzt hier mit er das ist alles noch besser wenn ich alles so so man scheiß Löcher so dann müssen wir ja theoretisch hier den weg komplett einmal auszuholen ähm auch genau ich hoffe das ist jetzt nicht mit in der aufnahme sonst muss ich zensieren ich sehe nämlich gerade facebook ist noch so angewesen so du willst jetzt von hier zu kosmik rüber richtig ja es soll doch alles irgendwie miteinander verbunden sein oder nicht ja so ich habe jetzt erstmal den schnee hier abgebaut ja der schnee bei uns schwindet ja auch schon wieder eben so was sind ender letters äh es leckt gerade ähm minecraft ist komplett abgeschissen yay oh es sieht aus wie ein game ist krascht sorry okay ich hoffe jetzt mal dass meine aufnahme nicht komplett abgeschmiert ist und äh meine in game aufnahme wenigstens noch zu gebrauchen ist und ich würde sagen wir sehen uns nach einem kurzen cut wieder yay yay ich bin wieder da war nur kurz weg und jetzt ist er ein skelett äh ja ich bin ja gleich da ich muss sagen ob das ein op skelett ist oder ob ich den angreifen kann das siehst du wenn dein name kommt wenn du ihn näherst was das siehst du wenn du ihn näherst ob dein name oben kommt oder nicht überhaupt eine rüstung überhaupt gar nicht ach gott der ist ja jetzt weg wie war das das erste mal auf dem server gehen das dauert mehr so ewig Benni schon drauf ja von mir bist du schon so sehr ja ich kann mich bewegen ich dachte mir so hier einmal haben wir cool um das ähm Denkmal? Denkmal? Wann denkmal ne? ja aber warum? ja aber dann baue ich hier so you know und dann ja toll warum ist mein schwert in meinem inventar und meine ender letters ach ich frage einfach gar nicht so kosmik ist hier so einen kleinen graben drin ne so so machen wir da weiter wo wir aufgehört haben ähm so ich wollte ruhig fahren aber ich so 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 ruhig das denn auch ganz der wahrheit so? wo sich baustelle ruhig das denn auch ganz der wahrheit so? ja ist noch nicht ganz fertig haha da ist irgendein Gang von euch da kannst du nicht sagen genau ich hoffe ich bin jetzt auf der richtigen Spur Bambi das kommt alles nicht an was du sagst alles? das kam alles gerade nicht an was du gesagt hast echt? ja äh was habe ich nochmal gesagt? werd ich wohl erst in deiner Aufnahme erfahren auf jeden Fall fülle ich jetzt das mit Keys wo du gebaut hast ne? ja das hier können wir auch mal weg machen das stört hier nur ach scheiße hast du noch platz im Inventar? so viel oh kacke das ganze Holz ok dann bringen wir jetzt erstmal alles ins Lagerhaus einfach irgendwo rein das müssen wir sowieso alles noch sortieren obwohl die Schere und das da wirklich nicht behalten vielleicht bringe ich alles weg was ich brauche ja wahrscheinlich hm also ich merke mir schon mal die Enderletters die werde ich jetzt einfach mal irgendwo äh hinpacken ja im Plattenspieler so die Enderletters kommen hier rein die werden am besten nicht verwendet so Kiste ist gesperrt so das denn da rein das da rein das da rein das da rein das da rein so dann nochmal neue Sachen holen ist da noch was für mich? ach alter lass mich raus hier kurz ach ich hab Hunger ich hab noch Platz ich hab noch Platz hier sind überall Löcher ey und das sieht irgendwie auch sehr merkwürdig hier aus so so ey die Brote waren aber meine so Erde so einfach alles hab ich nur noch 39 noch 39 Keys? ja ich guck mal hier ist noch 18 nehm ich mal eben mit Multi Pages äh das Holz hinter Stein kommt da rein ha das hat sich sogar geheimt und hier ist auch nichts mehr oh bis hier hin wirkt der Turm schon gar nicht mehr so 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 das ist schon mal das denn guck mal hier den Kies können wir ja gleich mitverwenden äh Tja Cody deine Äpfelbäume müssen leider auch jetzt bald gleich bald nochmal schwinden 1 2 3 ok 1 2 3 hi wie scheiße aber den warum ist hier im Loch äh 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 ich würd hier gerne so ja die Apfelbäume müssen leider schwinden damit wir hier den Weg auf fertig bauen können warte mal warte mal war das richtig? nein der war falsch ich kann kein Kies mehr äh du hast kein Kies mehr? so mhm die ist 19 Kies ja es war nicht viel aber vor allem hier muss er auch noch gebaut werden ja dann müssen wir gleich mal in der nächsten Folge sonst Kies sammeln gehen ja weil ich finde das hier ist so ein guter Zentralweg sag ich mal der oder beziehungsweise so ein Treffpunktweg oder so 3 breit ne 3 breit ist viel zu breit so so deswegen muss jetzt leider ach du scheiße warte mal ich habe ein leeres in seinem Tag gut komm hier ran ja warte ich bin gleich da äh Leute wir brauchen entweder hole ich mir eine Genehmigung dass wir offscreen mal unsere Kisten sortieren dürfen ich baue den Baum ab ja 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 gerne ah toll mit einer Axt gemacht mhm ok Erde brauche ich noch vielleicht so komm äh von wem sind das die Sachen? von Cody der ganze Krempel der jetzt hier rum lag? ja den kannst du ruhig hinten ins Lagerhaus alles bringen so ich baue jetzt die Apfelbäume ab frage ich mit in der seh ich eigentlich schon groß voll oh Alter wie viele Äpfel da einfach rauskommen das ist übel und dann müssen wir mal sehen dass wir die Apfelbäume sag mal hab ich das Gefühl es wird nicht nacht oder so ich war einmal schlafen wo du auf dem Zimmer warst ach so ok da bin ich ganz oh so ganz schnell zum Bett gegangen hallo Maus wieso reagierst du nicht mehr? danke warum ist meine Maus eigentlich auf ah schon viel besser ach ne unten hatten wir ja komplett geguckt ne nach Keys ja ja ich kann bei mir nochmal gucken eben aber wir müssen dann in der nächsten Folge nochmal Kies sammeln hier müssen wir auf jeden Fall ein bisschen rumstampfen beziehungsweise ich möchte ja auch gerne das hier auf beiden Seiten haben ne 1 2 3 das heißt ab hier hier auch ein bisschen so oh die Leiche liegt hier immer noch echt? ich frage mich wie lange die da bleiben so das sieht hier hier auch oh ich glaube hier vorne ist sogar Kies das wäre nicht schlecht ne ich glaube hier war der Weg wo ich irgendwo runter gefallen bin Hundi du stehst da leicht bescheiden Hundi du stehst da leicht bescheiden Hundi folg mir komm schon jawoll Oma sitzt da so perfekt ähm so hier mach ich mir ne Spalte guck du bist direkt unter mir oh das war meine Schaufel bist du in der Wohnung also im Haus? nee toll hier bin ich runter und hier den Eingang mach ich jetzt auch mal zu da bringt uns das sowieso nichts mehr äh jetzt brauche ich Eisen und ich brauche äh gleich ein Folgenende bei dir ist sie ja wahrscheinlich schon mal zwei Minuten länger oder so das kommt wieder nicht an ach ach ich geh jetzt auch zurück okay von meiner Leiche hm bitte Gott verdammt haben wir hier kein Eisen drin doch ich hatte doch bestimmt irgendwo Eisen aber wir müssen ein bisschen lauter glaube ich ins Mikrofon sprechen aber ich bin so jeder nicht auf ach ne Aluminium hä hä ich will Eisen haben kann ja nicht sein dass wir hier kein Eisen drin haben hm kann scheinbar doch sein kacke jetzt muss ich echt nach unten nur wegen Eisen aber jetzt wird es natürlich gerade wieder Nacht jetzt wo man die Folge beenden möchte ne ja war fein super ne das finde ich echt doof wo ist denn hier da so hab ich hier noch ach ich hab hier sogar noch eine Schaufel das ist auch gut hm zwar keine gute aber zwecksmäßig nehm ich nochmal ein bisschen Eisen mit oh da ist sogar eine Effizienz 3 Schaufel das geht ja dann alles noch zügiger hoho goll oh es ist Nacht haben wir Glück und finden jetzt auf Anhieb einen Dorfbewohner das wärs jetzt das wär voll cool wow 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 Schaufel übertreib nicht komm mal hoch wo bist du geht hause guck mal du musst mal gucken komm wie schnell die Schaufel abbaut warte oh hey grad eben war sie übertrieben da und das aber auch schon ganz gut ja auch hier bei dem Gras geht das schnell äh der muss auch mal woanders hin boah da kommen die Skelette schon die ersten ja missfiecher die die man nicht will so das heißt hier kann man den Weg runter machen genau so und der Weg hier muss ja wow hast du runter gefallen? nein aber ich frag mich warum die Schaufel ab und zu sehr schnell geht und ab und zu nicht so boah boah hier viel mehr ab als ich eigentlich will so aber ich denke die Wege sind soweit eigentlich alle ausgehoben jetzt bis auf zum obsidian generator hier oben aber ich glaub nicht dass wir hier unbedingt einen hin brauchen oder äh au au what the fuck hallo boah du scheiß Skelett alter ich dachte was greift mich denn jetzt an ja genau klau mein Schwert klau mein Schwert jetzt hab mein Schwert aber wieder boah ich hasse diese Viecher ich hasse sie ähm genau zu meinem Haus fehlt halt noch ein Weg aber ich weiß nicht wie wir den unbedingt hochführen wollen weil ich denk mal der Weg zum Feld reicht eigentlich ne wenn ich denn hier oben Zauntour mach ja und die ganzen Vogelscheuchen hier mal entferne und wie auch immer ah ok genau dann entferne ich die Vogelscheuchen und mein Weg ist dann hier so einfach gerade hoch mach ich hier ein Zauntour rein oh jetzt hab ich das Feld kaputt gemacht und dann soll sich das eigentlich äh erledigt haben ja wir müssen nur an einigen Stellen das noch ausfüllen mit Kies ne oh ja genau alter alter ich komm nicht an euch ran ah genau tötet euch gegenseitig ich muss erstmal was essen danke jetzt komm ich auch dazwischen Angst Mistviecher ich weiß was ich auf jeden Fall noch au ähm war was mit Folgen beenden ja meinetwegen gerne ja du bist komm doch mal rein na Tür geht zu Tür geht zu danke ich fühl mich zwar nicht wirklich sicher in meinem Haus aber ok ja vor allem weil hier ein Block fehlt so ich würde sagen wenn es euch gefallen hat lasst die Bewertung da und ja wir sehen uns dann vielleicht morgen sogar schon wieder mal schauen vielen Dank fürs zuschauen bis dahinter und tschüss Tschüss tschüss